schwarze Ohrne auf die 1 hey Bruder ok steig nicht weg hier in der Wage hin, nimm dich steig mal aus reine Sex ok komm wir wollen wir haben Dietrich benutzt Bruder reinkommen also reinkommen tut man immer aber raus kommen ist die andere Worte wir nehmt euch sicher was ab ihr Pussys ok jungs seid ihr ready dicke Schuko-Bestritt ok leute wir machen uns jetzt schon los weil wir werden eh welche nachkommen let's go jungs let's go wenn ihr welche auf der Straße seht sofort exekutieren wollen call natürlich das ist richtig niemals haulen jetzt ah fuck wir brauchen glaub ich hier nen Pounder um da rüber zu kommen ne let's go ein Pounder ein Pounder Pounder ist da Mahalle ist da wenn die auf uns schießen knallen wir die weg ach so hier oder was ja voll egal egal da kommen Autos ja wir knallen die einfach auch mal weg nehmt mal nehmt mal Positionen wir bleiben jetzt eine Stunde lang bis 19 Uhr ja da ist noch einer auf dem Dach da ist noch einer auf dem Dach der auf dem Dach hier gegenüber 71 24 vor der Wende oder was ja ich weiß nicht ob deine Hohlköpfe dir irgendwas mitteilen aber wir waren extrem nett zu deinen Leuten haben wir nicht eine Sache abgenommen haben die nicht mal gefesselt digger mir ist egal ob die irgendwas hatten warum kommt die Base Raiden ohne Grund wir brauchen einen Geisel und eigentlich seid ihr als Feinde eingetragen probieren starten ey James James was machst du? starten starten ok pass wir haben sie im Geisel Draco ja Draco start rauf yes sir wenn einer von denen wegfällt klall die ich korrigiere wir haben 6 ja ich habe die ganze Zeit er entcarriert sich er entcarriert sich die ganze Zeit ach das glaub ich dieser Pablo schönen Abend schönen Abend oh welch eine Überraschung wir müssen die Ravens jagen Bro trab mal kurz den Kahn Digga ich weiß nicht genau Digga ich weiß nicht genau ich weiß nicht genau ja komm du kriegst Waffe Digga Bro du wüsst nicht glaub mal die sind da drin auf alles 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 die sind die auf alles die sind die auf alles die sind die Danny Raven ey yo Tyrese Raven unter Fuß du n***er Sohn küsst den Boden du kleine S***er Sohn Raven unter Schuh du r*****er Raven unter F***er Digga f*** dich du r*****er Sohn Digga er küsst den Boden der wie ist der kleine F***er ha 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 guck dich noch fahren Digga weil du selbst kastet gehalten ist bei dich Digga egal ob ich schaffte wer jetzt jetzt ich hab das so warte ich hab noch ich geh nochmal die Gunde Digga jetzt nochmal die Gunde ja komm jetzt komm halt halt hol zwei Leute mit einem Schuh schluss was ist der Opfer Digga ich schau ich schau ich nicht leg dich hin du sohn Raven unter Fuß bruder wie trash kann er sein Geh mal weiter im RP rum lag mit einer, weil du es aushalten nicht schaffst, ich finde es richtig gut, wie du gerade den Boden gleichmäßig putzt, Bro, schön am putzen. Geh, mach Musik weiter, geh, geh. Ey, Draco, ich mach dir was... Geil, nur zu, Jun. Geh mal IP-6 RP machen, du Bastard. Warte, ich muss kurz mit Handy-Kamera sogar filmen, Digga. Dig! Das war die Hürdenkomponieren. Du Hurensohn. Hallo? Los. Ey, der fesselt mich einfach. Schöne Boden putzen, putz schneller, Digga. Der Hurensohn, du nur fesseln kannst, oder? Ich geb meine Nachnamen auf deine Truppe. Sind die noch da? Ja, ja. Was dahin? Nein, macht keinen Sinn. Wie viele sind da? Viele. Also, die sind, das ist oben auf so einem Dach, also wir kommen da gar nicht drauf. So, er war mit einem, also mit diesem Bratwarr 12, wegen so einem Dimitri, äh, waren die halt dort. Komm, wir gehen fahren, los, fahr los. Hallo, hörst du mich am Handy? Ey, wir sollen jetzt wo uns um jetzt fahren? Anwesen, Bro. Anwesen, okay. Ja, ja, ja. Der ist da, der ist da. Hülle, wer bist du? Goyl. 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 Was sein Hundesund. Ich darf das. Sag mal, wo du bist. Sag mal, wo du bist. Das geht da, ja. Der macht mich gar nicht. Ah, es kommt da. Ich werde. Warte. Was für eine Hose hast du? 44 Bulldogs ist das hier. Oh, warte. Ah, 44 Bulldogs gibt's die da, oder was? Ist ja crazy, Digga. Äh, Mose habe ich. Ja, du willst ja zur Auktion, also. Ist irgendjemand bei der Auktion? Wird zu unten, oder zu oben? Also rechts oder links? Farmer kurz rechts zu dem Auspacker. Jetzt Jan Schmidt, der sich selber in der Suppe gefickt hat. Nee, ich mein. Der macht den Grund. Oh, Digga. Ja. Ich bang die so weg, Digga. Warte, Jungs. Ich fesse. Zählt. Nein, nein, nein. Ich bin nicht gut, Digga. Rico, sag mal was. Guck mal. Der ist hier, der ist hier, der ist hier. Das ist das Einfachste, was wir machen. Endo. Endo. Oder was ist das hier? Wie schießt der, Digga? Wie schießt der, Digga? Das war so ein mäßig Lampo, glaub ich. Ich hab noch gesagt, das ist ein Opfer, Digga. Ist ja. Ich krieg mit ihm. Digga, irgendeiner von uns hat einen anderen Kollegen von uns erzählt, nicht? Kann sein, dass aus Versehen war, aber der im Auto fährt immer noch hier rum. Aber wie kriegt man den jetzt von diesem Dach runter, Digga? Keine Frage. Dann für ein Seil, Digga. Dann für ein Seil. Dann für die Geplatte. Irgendwer muss mal kurz zu 808 kommen zum Auto, ne? Sonst der auch Dach kommt. Keine Frage. Ey, Draco, warum bringst du ein neues Lied raus, du Hurensohn? 20 Wasser, die genehmigt schon. Ich hab grad, du hast gerade so... Deine Mutter soll noch mal die Studiumskosten bezahlen. Die 7 Eistees haben geschmeckt. Deine Mutter soll dich mal lieber zur Nachhilfe schicken, dass du den Fernstand hast. Ah, die, 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 die... Ich sag's ja nur, Digga, du bist hinten, ne? Es waren alle Kalis da. Ich meine, ich hab, ich bin fast... Okay, gleich. So ein bisschen noch. Digga, also ich hab schon noch was, ich glaub, ich überlebe das, aber trotzdem. Nein. Am Ende hab ich... Nein, Digga, hör auf! Ich, ich wollt ihn lauter machen. Dann irgendwie so... Alles gut, scheiß okay. Du weißt nicht, Digga. Ja, das klaberst du. Hör mal auf mit reden. Einer will Rösti machen. Ja, Bruder, was denn mit dir los? Willst du auf keinen Fall Rösti machen, oder was? Auf jeden Fall nicht. Warum? Bruder, warte mal, Digga, bevor du sie gruff gleich weg hast, Digga. Ja, das klaberst du. Einer ist komisch. Nee, schalte die Fresse. Erste Forderung. Sagen sie, schwarze Organisation auf die 1. Soll ich einen Funk? Nee, einfach so. Nee, nee. Der, der, die 0-1. Die 0-1 soll sein. Ja, ich bin lieber frei. Ja. Dann machen wir rein. Dann würde ich das auch so überlegen. Ja, schwarze Orte auf die 1. Wir rechnen uns und dann knall wieder um. Ja? Wir fordern das für unsere Handküsse. Ja, stimmt, Jack. Ich fordere, dass ich deine Handküsse. Das ist dein Forderung. Geht dann lang dein Pieck und dann klar. Ich soll deine Hand küssen. Gib mir so eine Hand. Aber du musst auf Knie gehen beim Handküssen. Auf Knien. Jo. Ja, komm her. Warte, warte, warte. Ich seh's einfach nicht. Okay. Ja, lass knallen. Komm mit der Geisel. Die werden bestimmt gleich pushen. Warte, knallt noch nicht. Lass die pushen. Junge, warum knallt die die Geisel? Hab den ein. Ja, hopp. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin mitten mit dir. Mach, Digga. Wieso hast du den, wenn ich fangen darf? Weil du meinen Bruder gerade runter hattest. Was knallen wir jetzt gegen die, oder? Ja, Jungs, das ist halt die Frage. Draco, komm mal nach vorne. Draco, Draco, Draco. Gibt's bei Human Labs einen Hinterausgang? Wir haben eine Geisel. Nee, gibt's nicht. Packen sie bitte. Aber ich weiß, das ist noch ein Garf irgendwo muss. Geht's hin gut, Sheriff? Geht's hin gut, ich bin außerhalb von Human Labs. Du geist, lange. Packen sie mal ihre Waffen jetzt weg, sofort, bitte. So ist richtig nicht. Pack deine Waffen weg. Ja, zwei sind da aufs Dach. Ja, ja. Hab ihn, hab ihn. Das war geil. Minus eins. Ja. Minus zwei. Hey, Encore, you made this. Ich hab keine Medienkits. Ich hab keine Medienkits. Jan, wie? Hat jemand eine Weste? Hat jemand eine Weste? Oh, da. Ich bin weg. Halten, halten. Halten, halten. Halten, halten. Halten, halten. Halten, halten. Ja, ey, ja. Du musst immer sagen, wenn es rap ist, oder du bist rap auf. Du musst immer sagen, ob er rauskommt. Ja, ich bin der, ich bin der. Ja, der Kopf, meine Kopf. Hör mal zu renters. Ja, guck ich mach, ne? Ja, ich bin der. Ja, ich bin der, ich bin der, ich bin der. Ey, das ist doch einer noch am Hauptganggang, oder? Jetzt bin ich wirklich besitzen. Daniel, ich komm jetzt steig. Yo, sag ich an Glock. Die Klingung. Ja, ich hab auch nicht an, Bruder. Warte, nochmal, nochmal, ich hab nicht vorgehalten. Ich hab, Bruder, du bist. Ja, okay, scheiße. Er trifft sogar. Ich hab's auf Kieber geschossen. Ja, okay, warte. Amor, wie hat er doch an, das ist das Problem, Bruder. Oh mein Gott, ich war bei Gott, ich hab nicht an. Oh mein Gott. Okay, lass. Ja, okay, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Nee, wer macht's? Amas, oder nicht? Ich. Mit dem bist du B. Drei, ein, ein, los. Wups. Außerendlich über FD, wir machen ohne Schutzhästen, scheiß los. Endlockern. Drei, eins, los. Ich geh halt auf Mitschall, weißt du. 30 Munition im Denkis hier drin. Wir hassen dich nur wegen deiner Familie, weißt du es gar nicht persönlich, das heißt, du kannst mit uns zurückgehen. Aber die haben schon anders, wo sie gesagt hat, welche von ihr jetzt. Also ich weiß, ich weiß, dass mein Zwölfer eine von euch hat. Also ich weiß, dass mein Zwölfer eine von euch hat. Also ich weiß, dass mein Zwölfer eine von euch hat. Die haben Leonie umgeknallt. Hier unten. Ja komm, wir gehen jetzt. Trotzdem wird nicht. Ah, von der Gras. Um die Ecke. Ja, könnte sein, dass wir die mitgenommen haben. Naja. Komm, wir haben wieder ne Frau gegeben, der Dicke. Wird noch, wird noch passieren auch. Irgendwelche Leute, weil die die Teilungsladen, oder? Ja, gegen W, äh. Kann man ja nicht auf irgendwelche knallen. Doch, kann man schon machen. Alter, der zieht doch mit Waffe, das sind die, oder? Den knallen wir. Zivis, 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 Zivis und Grau, Zivis und Grau. Hab einen. Einer da... Nee, nee, der ist Hände hoch, der ist Hände hoch. Sagt, nein? Echt, hier sind zwei von uns in Toros, Greta und so. Yo, was geht du absoluter Fettsack? Burger aber alles, ne? Können... Können sie mir einen Gefallen tun? Ich geb ihnen dafür auch einen Burger. Ein Burger? Ja. Also sie müssen nur da vorne hinfahren, hinlaufen zu diesen Leuten da und sagen... Du fette Schwein, erst mal einen Burger weniger. Ey, geht mal kurz weg, ich muss noch kurz was mit ihm begeben. Steig mal kurz ein, Brehe. Oh, Mann. Oh, Mann. Also, Bruder, du gehst gleich zu denen hin, du gehst gleich zu denen hin und dann sagst du Champs auf die Eins. Teste mal, sag mal, zum Üben. Nee, 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 das mach ich nicht, das ist lebensmüde. Nee, nee, wir sind selber die Champs, Bro, ich gehöre zu dir, ich bin nicht OG. Ja, aber die werden mich dann hier bestimmt umknallen. Du fette Sau. Jetzt sonst knallt's, Digga, ey. Ey, du fette Sau. Ja, ähm, Champs auf die Eins. Suck. Ich sag bloß, du fester Fahrt, zwei. Tyrese, Nagata, den Anime-Kack an. Aber, Bro, ganz ehrlich, wenn du damals so dabei gewesen wärst und die sagten mir so, Yo, Bruder, wir machen Nagata-Family, was hättest du gesagt? Das war behindert, Bro. Ich hab mich überhaupt gebrochen. Boah. Boah. Wir sind halt so schwul. Ich weiß nicht, ob das so, okay, wenn ihr mich dazu zwingt, dass ich euch den Schwanz lutsche. Ich geb dir ein Stück, ich bin der Patron, Digga. Nein. Ja, 100%. Hab ihn. Was macht der da? Ja, wir sind Support, weil die nicht dabei sind, Digga. Die haben gar keine Ahnung. Die haben keine Ahnung, also wenn du fragst, was sowas... Genau, wenn du solche Fragen hast, wende dich direkt an die Frag-Verwaltung, weil die haben keine Ahnung. Ihr seid doch die Frag-Verwaltung, oder nicht? Ja, genau, wir sind die Frag- Jetzt alle vor das Anwesende, wir stellen uns hier kurz auf, Digga. Komm mal kurz alle. Ey, aber ganz kurz, was ist denn vorgegangen? Ich rede nicht mit dir. Hä, warum, ich bin 11er? Ja, ich rede auch mit Greco, der ist zwar 12, oder nicht? Ja, aber Leadership ist alles wo überhaupt der Familie, weißt du? Ich rede doch grad mit dir, oder nicht? Weiß ich nicht. Also, ähm... Guck mal. Sag mal nochmal. Guck mal. Ich hab' nicht so zuhört. Oh, jetzt sind auch drei gestorben. Guck mal. Ich hab' dich schon mal gesagt, ne? Gott vergib' auch, man liebt's nicht. Schnauze, Bro. Legt euch hin, Digga, legt euch hin, ihr kleinen Fotzen! Wie wählt ihr Frisch, Digga? Ja, legt dich hin, legt dich hin, komm, hopp. Bodenküssen hier. Da ist die Schnauze. Da ist die Schnauze. Da ist die Schnauze. Da ist die Schnauze. Ja, Bro. Ich meine, come on, das war auch null IP von euch. Alle, die hier Lila anhaben, ziehen sich einheitlich an. Ihr zieht dieses Lila-Ding aus. Es ist abgesprochen, Digga. Ja, ich bin von der Verstöderung, Fragverwaltung, hat der Gelingstwo hier. Naja, was ist die Waffe? Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, sie müssen aber, sonst sterben sie. Womit? Mit, äh, per Waffe. Beschwerdgetöteten Waffe, oder was? Ja, aber die Lila sind die da immer noch? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. ja holt mich dann rein was war was du was hast gesagt ob die chukus noch da sind wo soll ich rein jetzt auch nicht mehr aber wenn er sagt ne macht nicht nein ich schaue ich schaue ich schaue ich schaue er ist reingegangen ach so der sieht doch der knallt der knallt ja jungs wir stimmen aber mit der masse guck mal wie ich es mache ich hole ihn jetzt alleine oh ich hab ihn echt geworfen hier liegen aber zwei bulldogs erzählen wir mal warum deine leute vor uns versucht haben dich bei uns hochholen zu lassen weil was was macht der hey da in den lusen für wen kann ich für den kleid ja weil das killt halt nicht nur mein portemonnaie sondern so ein bisschen meine familie und ich bin halt echt unschuldig ähm so leid es mir tut aber es ist mir tatsächlich talwurst ich war paar mal ich war paar mal bei euch hab dinge angesprochen die einen verstören und dann kommt so ein idiot und macht irgendeine kacke irgendwann hab ich da auch keinen Bock mehr drauf ich hätte es schon davor die ganze zeit aussprechen ich hätte es schon davor die ganze zeit aussprechen dann habe ich es gedacht nein irgendwo kann ich es versprechen wenn es ein gewisser und wenn es eine gewissene situation hat der mehrere verschiedene meinungen sind nicht beschissen wie bei den bänden oder was auch immer dann verspreche ich dir dann werden und diese macht hab ich und ich bin bereit das jederzeit zu sagen ach schwarze orga digga ja perfekt ja jungs dann hattest du das auch immer mit dem reden nochmal oder hä wieso moin hey ihr hundebeine und 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 wie redet er er in seinem audi nein bruder doch nicht zu dir nein bruder doch nicht zu dir wir meinen grove damit grove digga hört ihr nicht zu wir suchen ja grove uns wurde gesagt grove wartet hier auf uns oder hundebeine ist was nettes das ist nett gemacht natürlich lieber herr medic lieber herr medic lieber herr medic ich fick dich du bahn ja wie kann ich euch jetzt weiterhelfen sag ja nur herr sag ja nur herr du hast du dich mit keiner runter fick ich du urensohn was hat er gesagt jungs jungs ja einer aus diesen orus hat sich gesinkt und ist draußen jetzt kommt der medic noch nicht schneller ja soll ich ihn holen brüttchen nein das ist doch nicht möglich wo seid der grotte und ist am bock zu suchen schießt die gleich gegen PD oder was hast du hier ja ja dort kann man gar nicht schießen ist das ding kommt nicht oder nein dann ist die geisel tot voraus 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 oh nein oh nein oh nein was los ich bin grad nicht digger hör auf ich bin hier schon voll genervt was macht ihr was macht ihr ich bin oben grad digger ich mach grad gar nichts sind das deine leute im anwesen oder welche Familie sind die keine ahnung digger ich bin hier grad gewesen ich bin ich bin ich bin ich bin du kommst auf uns zu ja ohne überhaupt ein ansatz eines grundes digger ihr seid echt kleine hundesöhne ihr habt so verkackt damit digger guck mal aber jetzt warte mal kurz warum nennst du warte mal ich bin eine satna guck mal ich bin eine okay na na warte 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 mal lass den flachen bruder wir sind nicht so wie die bruder wir schreien nicht so lass sie lachen lass sie umschreien bruder das ist für leidigen wir sind nicht so ja bitte oh mein god auto 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 wir sind wesentlich natürlich ihr seid nicht so ich such mal hallo und wenn ey wenn ihr wir sind nicht so hier kraften nimm die ich nenn was warum seid denn eigentlich so frech okay also slash e ne b warte slash e a k k k k k felix flotter on top jetzt sei mal ehrlich digger hast du das irgendwie dir selber geplant oder oder haben deine jungs dir so gesagt ey wir müssen die base train und du hast dann so ein bisschen nachgegeben nein nein die meinten so ey man hat uns zu doll gefickt wir brauchen jetzt wieder ein bisschen bestand und dann dachten die kommen die mal zu uns wegen die meinten so ey lass mal den dümmsten move bringen des monats ja ja ich meine wir haben jetzt auch ich komme gleich mahala zum beispiel taku ich will die abnehmen bitte also warte entfessel mal diesen typ der da sitzt hier dieser glatzkopf entfessel mal die glatze du musst die aus dem messer bitte ey glatze stell dich hin was wir geben dir die chance zu gehen bro wallah wir geben die chance zu gehen also bro hörst du mich glatzkopf ja ok sehr gut wie alt bist du bruder ich ich bin 26 ok tschuldig ähm also bruder hast du was dagegen jetzt hier zu kooperieren kooperieren kommt drauf an dann dürftest du gehen wenn du kooperierst ok ok hallo genau ich bin gerade keine chance ja 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 du bist jetzt einfach ruhig du bist jetzt einfach ruhig du bist jetzt einfach ruhig ja 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 hier sind zu den zaubertrick wie gleich zwei absolute airis verschwinden werden sich in luft auf Ey, Joris, es wär schön denn während sich Luft auf... oh mein Gott, wär's nicht... Wo ist die Dach-Cherps-A-Topp? Die sich bei der Dachschaften... Wir fahren Richtung Wüffelpack. Sind die auch im Auto? Ja, schwarze Audi oder so. Schwarz, komplett schwarz. Ich werd weggeballert bei 81,50. Ich werd weggeballert bei 81,50 Mal Halle, glaub ich, erst mal Halle. 81,50. Wo schießt ihr? Junge, so easy, ihr seid ja übelsarsch, Alter, ich kacke. Da ist ein medikit drauf. Wo schießt ihr? Oder ich hab grad zwei Arsch mal Halles gelegt bei 81,50. Ich bin echt überrascht, danke Jungs. Tolle Experience für mich. Ich habe die Waffe, Bruder. Idweko, soll ich Auto bringen, dass wir Waffen reinlagern? Ne, ne, alles gut, Digga, die sind eh nicht so viel. Ey, musst die kommen, ja? Ja, ich denke eh nicht, die haben so viel, wir haben die gerade. Ah, Mahalle wieder am Liegen, ne. Was? Wenn mehrere Leute liegen. Wenn mehrere Leute liegen. Ich frage den Medik. In größerer Situation müssen wir die hochholen. Ja, ne, Moabi, nicht beschweren. Das war eine Frage, keine Schwerer, du angeben. Mahalle-Moment. Das ist ein echter Mahalle-Moment, Jungs. Oh, der dritte. Echter Mahalle-Moment hier gerade. Ey, drei Leute sind schlafen gegangen gerade, Digga. Was sagst du dazu? Ja, der Dach ist auch schlecht, wenn der aufs Dach drauf ist. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Also ist dir scheißegal, oder was? Halt die Fresse. Die sollen mad sein. Die haben Waffen verloren. Mad. Ist ja nicht so konform gerade, was du machst. Unser Gewerbe ist auch schon angemeldet. Wir sind in GmbH jetzt. Nenn uns College GmbH. Was würdest du so alles machen für Geld? Ich bin ja gar kein. Was ich alles machen bitte? Also ich bin der Nico Brescher. Dürfen jetzt kommen, oder nicht? Nehmen wir nicht an. Ja, Bruder. Weil wir gerade richtig Stress haben mit Zauberern, Digga. Leider nicht. Okay, ciao. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ja, okay. Okay. Wir haben da gehört, dass so einer meinte, ihr wollt uns ficken oder so. Sag erstmal. Ne. Welche Autos bei PD da? Ja, gar keiner. Wir haben nie was gegen euch gehabt. Junge macht schön RP. Joel. Zieh die Hose aus, oder es knallt. Wie war das Orgasmus auf die Null? Hä? Wie war das? Wie war das Orgasmus auf die Null? Das war ne Frage. Und die Broads sind zum Normalen.